Was geht? Damit auch ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Brawl Stars Video auf meinem Kanal und ja Leute, ich werde euch heute den neuen Mortis Glitch zeigen, wie ihr durch Wände gehen könnt. Ich hoffe es funktioniert gleich, auf jeden Fall Leute vorab, der Glitch ist mega schwierig und man braucht am besten eine Doppelwand, aber ist aktuell gerade nicht die Map da, wo man eine Doppelwand hat, eine schöne, dass man das so schön machen kann, deswegen nehme ich einfach die, kann ich euch zeigen. Vielleicht funktioniert das, dass wir in der Wand stehen, aber durch Wände gehen, ich hoffe das funktioniert Leute. Und ja Leute, da seht ihr, ich kann jetzt durch die Wände gehen, wie krass ist das einfach Leute, wie krass. Nur leider kann ich mich nicht so leicht in der Wand verstecken. So Leute, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, ich habe mal sechs Zuschauer Leute, man kennt ihn. So, sechs Leute machen Auge, ich hoffe, ja jetzt geht er wieder Leute, auf jeden Fall. Aber die Shelly, nein Leute, so schwer. So, ich probiere das gleich noch einmal. So, ja genau so. Da, da und jetzt funktioniert es einfach wieder Leute, aber ich glaube, dafür braucht man wirklich eine Doppelwand, wenn das funktioniert, dass man sich gut verstecken kann, dass man sich von beiden Seiten nicht anhitten kann lassen, weil so kann mich die Turbo noch erwischen. Nein, ja Leute, wie gesagt, man, jetzt probieren wir das nochmal, aber Leute, wie gesagt, man braucht am besten eine Doppelwand dafür, so kann man perfekt durch die Wände gehen, aber in den Wänden verstecken, man braucht nur auf jeden Fall eine andere Map. Ja, die geht auf jeden Fall nicht, das ist schwer Leute, aber Shelly. Leute, die Shelly, nein, nein, oh mein Gott, wie, nein, ich kann da nichts. Tabo. So Leute, und zwar geht der Glitch da. Easy auch, also zu crazy auf jeden Fall. Bestens halt eine Map mit Doppelwände. Ja, ich würde sagen Leute, macht es gut, probiert ihn gerne auch und ciao. Ciao.